Hallihallo meine Lieben, hier bin ich wieder. Ich bin Klindefahrer und ich habe einen kleinen gemütlichen Shop, den Hans-Nemlin, eingerichtet. Wo ihr fast zu jeder Zeit shoppen gehen könnt, wenn ihr euch vorher anmelden könnt. Und sonst habe ich immer am Donnerstagabend von halb 6 bis 7 Uhr offen und am Freitagmorgen von 8 Uhr bis halb 12 Uhr. Oder wie gesagt, machen wir einen Termin ab und dann kann ihr fast zu jeder Zeit shoppen kommen. Ja, ich zeige euch hier immer wieder meine neue Einzelstücke. Und ja, Kleidergröße nach 36 bis 54. Was gibt es da zum Sägen? Ich kann einfach schauen. In diesen Videos zeige ich euch wie gesagt immer meine neuesten Sachen. Im Moment sind viele dicke feine Jacken und Mäntel. Und ja, wie das, das ist so ein Winterbläser. Ja, recht ein feines, warmes Teil. Den habe ich noch in schwarz und ich glaube in grau. Ja, kann schauen. Es hat so lange es hat, weil es nützt nichts, wenn ich jetzt sage, hey, das und das habe ich noch. Und dann kann ich in drei Wochen und dann habe ich es natürlich nochmal. Wie gesagt, die schnellere ist die Geschwinder. Kommt von mir und ja, lasst euch überraschen, was ihr bei mir alles schönes findet. Fangen wir mit dem wunderbaren Bläser, den ich hier habe. Der ist so ganz, ganz flauschig. Das ist so fein. Das wunderbare Teil kostet 79 Franken. Ist ja schon fast, ja, unterwart. Aber was sollt, das ist ja für euch. Von der Kleidergrösse her, ich habe ja etwa 38, 40. Kann ihn gut tragen. Man kann ihn aber auch ganz gut bis zum 46 tragen. Wenn ich das ja immer ausmesse und den haben von ihm, kann ich euch dann zeigen, wie es denn jemand wäre. Darunter kann ich den wunderschönen Pulli an. Ganz schönes Mischchen drauf. Ja, jetzt sieht man es. Und das hier, das gehört zum Pulli dazu. Das sind die Träger dazu. Und die kann man auch verstellen, dass es euch auch wirklich richtig passt. Und die Schulter ist ja natürlich frei. Darunter habe ich ganz tolle, so grünlichte Hosen an. Wie üblich, alles elastisch. Die Kombination kann mit der Kleidergröße 36 bis etwa 42 kriegen. Und kostet jeweils 39 Franken. Dann gehen wir doch gleich zu unserer kleinen Puppe. Hier fielen ganz viele verschiedene Sachen an. Fangen wir mit dem wunderschönen Polero an. Das ist so ein flauschig, weiches Kunstfeld. Das ist echt ein Traum. Das wunderbare Teil ist in der Kleidergröße 36 und kostet 55 Franken. Das ist wirklich ein Traum. Und jetzt sowieso wieder zu Weihnachtsfeiern und so. Ja, kann man das echt toll tragen. Darunter hat sie diese wunderschöne Bodybag. Ein cooles Teil. Habe ich in verschiedenen Farben gehabt. Ja, ein Teil ist halt auch schon wieder fort. Ja, so soll es sein. Bitte keine Ladehütter haben. Das wunderschöne Teil ist 38 Franken. Und dann hat sie ein traumhafte Kleidchen. Ja, was kann man dazu sagen. Es ist eher ein kleines. Kleidergröße 36, mehr würde ich jetzt nicht ganz probieren. Also, ja, sonst sieht sie nur so schön aus. Und dann haben wir hier eine wunderschöne Halskette. Da passt alles so schön Ton in Ton zusammen. Ja, der Bodybag. Ein Traum. Also, ja. Da muss ich schon sagen, da habe ich einen super Lieferant. Kleidchen ist 45 Franken. Kettele 25. Und hierher haben wir diese wunderschöne schwarze Stiefelette hier. Die habe ich aber nur 38 und kostet 55 Franken. Und dann gehen wir gleich noch zu unserer grossen Puppe. Ja, mal etwas anderes, schläft den einfach, gell. Der wunderschöne Strickmantel, den sie da auch hat, der kann mit der Kleidergröße so, ja, vermutlich vom 8, 36 bis zum 6, vom 36 bis zum 46 trägen. Je nachdem, wie man es denn halt lieber hat. Und kostet 45 Franken. Und so sieht er aus der Nähe aus. Darunter der wunderschöne Handytasche. Ich zeige euch jetzt erst die. Das ist noch die letzte der Art, die ich im Moment habe. Die anderen sehen den... Ups. Also alles. Auch ganz etwas Lässiges. Wie gesagt, jetzt sind wir bei der Pinken dran. Und das pinkige Handytasche kostet 28 Franken. Und hat innen dran eine ganz tolle Einteilung. Also da hinten ein Haufen Kartenfächer. Und auch da hinten. Und auch das Münzfach. Ja. Kann man gut brauchen, also. Da habe ich schon anders gesehen, wo nicht so praktisch ist. Ja, du. Also, gehen wir zu einer wunderschönen Puppe. Der grünen Pulli und die passenden grünen, frechen Hosen, die sie da anhat. Wir sind in der Kleidergrösse 40 bis 44, 46 zu tragen. Müssen wir probieren. Probieren müssen wir sowieso, denn dann sind wir auf der sicheren Seite. Und das grünen kommt nicht so richtig übere, habe ich so das Gefühl. Es ist richtig ein saftiges grünen. Und das Halskettchen ist 25 Franken. Pulliopfer und Hosen sind jeweils 39 Franken. Und dann haben wir da noch der wunderschöne Stiefel. Der habe ich aber nur noch im 38 Franken. und kostet 55 Franken. Ja, der Winter kann kommen. Ich bin ja gelebt. Ich bzw. auch ihr. Wir sind garantiert super vorbereitet auf den Winter. Und sonst kommen noch im Sommer, ich habe noch und noch ein Haufen warme Sachen. Seht ihr von den Jacken an, Schall, Kappen, Hüte, Händschen. Komm vorbei. Komm komm kükseln. Ja, ich habe garantiert etwas, was euch passen tut. Ja, das zeigen wir noch dazu. Völlig eingepackt, gell? Ja. Also, wo fangen wir an? Der coole Hut, der mir leider Gottes ein kleines gross ist, habe ich in verschiedenen Farben. Wenn ich auch noch einen ganzen Haufen Kappen habe. Und der kostet jeweils 24 Franken. Dann habe ich dazu eine passende Schall. Das ist ein ganz und praktischer Teister. Da steht nämlich schon ein Loch, dass man da keinen Knöpfe machen muss. Ja, kann man da einfach da durchfahren. Man kann natürlich genau gleich knöpfen, wie es einem natürlich am wöchsten ist. Und der wunderschöne Schall kostet 28 Franken, wie er die meiste dicke Schall, die ich habe. Töchel sind 21. Ja, gut. Und wenn ich sie kaufen kann, dann sprechen sie halt Preise. Dann der wunderschöne gesteppte Mantel, den ich hier auch habe. Mit Hugi. Das bräuchte mir also keine Kappe, aber ja, wie auch immer. Mit Haltorenzweig habe ich jetzt brauchst du halt gleich eine Kappe. Es ist einfach so. Das wunderschöne Teil kann man in der Kleidergrösse bis etwa 44 tragen und kostet 190 Franken. Trotzdem bin ich im Beere angezogen. Ein tolles Shirt mit der passenden Hose und natürlich die Schuhe dürfen nicht fehlen, oder? Ja, das sind meine absolute Lieblingsschuhe. Das muss ich schon sehen. Also da gebe ich allen recht. Das ist eben der wunderschöne Schuhe, den ich da noch für euch im Verkauf habe. Aber eben halt auch noch im 38. Ich komme leider momentan keine andere Größe über. Aber kann man gut probieren, wenn die Nummern daneben sind. Ich habe schon so viel erlebt. Ja, einmal sind es grösse geschnitten, einmal sind es kleiner geschnitten. Das wunderbare Teil. 55 Franken. Und meine wunderbare Kombi. Die Hosen sind so fein, die sind richtig schön dick und ich fühle mich, wie elastisch das Teil ist. Ich würde sagen, 95% meiner Hosen sind sehr weg von elastisch. Einfach bequem. Das ist ein ganz feiner Karte. Das ist echt toll, dass sie jetzt auf den Winter her. Ja, cool. Kostet jeweils 39 Franken und ist in der Kleidergröße 36 bis 40, 42. Man kann es probieren. Eben, wie üblich. Probieren wir es. Gehen wir zu unserer grossen Puppe. Ja, die wunderschöne Jacke, die sie da anhat. Die ist in der Kleidergrösse bis etwa 44 zum Tragen. Und kostet 79 Franken. Das ist ein ganz tolles Teil. Das ist wirklich eine ganz wunderschöne Jacke. Und innen dran ist sie dann so. Ja, man könnte sie eigentlich schon fast auf beiden Seiten tragen. Ja, darunter trägt sie das Bambul-Shirt an. Das ist der sogenannte Windelstoff, wie wir sie so kennen. Man sagt ihm auch Wie heisst es jetzt schon wieder? Jetzt kommt man es gerade nicht in. Musilin. Musilin sagt man dem Stoff auch. Derer Art. Das wunderschöne Shirt ist in der Kleidergrösse bis etwa 50 zum Tragen. Und die cool Jeanshose, die sie da drunter anhat. Die geht etwa bis zum 54. 52, 54. Ich wollte es probieren. Aber auch der ist wunderschön elastisch. Und passend dazu, haben wir dann noch die tolle Stiefel. Und die habe ich jetzt noch im 40. Und kostet 55 Franken. Und jetzt weiss ich gar nicht. Die Kombination. Shirt und Hose jeweils 39 Franken. Und dann gehen wir zur kleinen Poppa. Oh sie ist Tanz in Beeren. Oder nein, schein Herr Ziegel. Ja, Beeren, Ziegel. Beides ein bisschen. Gut gemischt. Fangen wir mit dem wunderschönen Bodybag an. Cool. Richtig schön gross. Ja, ist ein wunderbares Teil. Er hat da zwei Fächer. Da könnt ihr schön... Ja, ich täte da vielleicht das Handy hin. Das ist gerade immer schön griffbereit. Und nicht suchen muss. Und die grosse Tasche, die da hinten ist. Also Tasche als Fach. Das geht dann bis durch. Also da geht ihr hinter dem Fächer durch. Und hat auch hinten noch einmal einen Reissverschluss. Und... Und da hinten ist noch einmal ein Fächer. Ja, ist eine wunderschöne Tasche. Und auch die ist 38 Franken. Dann gehen wir zu einer wunderschönen Jacke. Es ist eher noch eine leichte, aber es ist auch so eine Finish-Deck-Jacke. Die ist in der Kleidergrösse 6,38. Und kostet 45 Franken. Die sind noch kurze genäubige. Ja, sie ist schon eher eine dünne, aber... Ja, kommt immer darauf an, für was man sie braucht. Dann drunter steht sich so der ähnliche Stil wie ich. Wunderschönes Shirt mit der passenden Hose dazu. Mit dem frechen Reissverschluss. Ja, ist... Ja, ist... Ist ein freches Teil, muss ich sagen. Auch da hinten noch einmal... Das ist der Nähe. Da der Reissverschluss, also der funktioniert wirklich. Ja, kann man so sagen... Ja, ich mach den Reissverschluss so. Dann kann man jetzt da nichts zum Hosen-Sack raus fallen. Und sie wird natürlich noch etwas länger. Ja, wie man es dann halt lieber hätte. Die eine tolle Kombination kann mit der Kleidergrösse 36 bis etwa 42 Franken. Und kostet jeweils 39 Franken. Wie auch der herzige Turnschuh, den ihr dazu getan habt. Und den habe ich aber noch im 37. Ganz schöner Schuh und ganz weich innen dran. Ja. Was zeigst ihr dazu? Ist das ein cooles Teil? Wunderschöne Bodybag. Ja, ein Traum. Die Schulterräume haben wir da drin. Der ist noch schön eingepackt. Alles, wie es sich gehört. Innendran haben wir da auch noch einen Reissverschluss. Mit einem Fächli. Und jetzt machen wir den dazu. Und dahinter haben wir auch noch eine Täschle. Und habt ihr den 3D-Print gesehen? So genial. Und der, wie der so drauf gesetzt ist. Ja, coole Angelegenheit. Der wunderschöne Teil. 38 Franken. Was zeigst ihr dazu? Cool, oder? Ja. Gut. Weiter geht's. Mit der wunderschönen Weste, die ich hier gerade an habe. Mir ist jetzt effektiv wieder einmal zu gross. Das wunderschöne Teil geht etwa bis zum 46. Er hat einen Reissverschluss. Er hat einen Reissverschluss. Und er ist hier gerade offen. Dass man möglichst genug Platz zum laufen hat. Oder zum herzuhacken. Ja, wie es so ist. Und die Weste, das ist schwarz. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Schwarz-Dunkelblau sieht man nicht immer so gut. Ja. Die tolle Weste. Wie gesagt, kann man etwa bis zum 46 anlegen. Und kostet 55 Franken. Danke. Trottet habe ich den... Ja, wie sieht man den? Kort. Viehkort. Viehkort haben wir jetzt immer wieder. Jetzt hier auch wieder ein paar Sachen im Viehkort. Also Feinkort eigentlich sieht man den. Wunderschön warm. Das Shirt kann man sicher auch bis zum 44, 46 tragen. Es ist wirklich, ja, ganz toll geschnitten. Es fällt auch ganz schön. Also für das es so gross geschnitten ist, habe ich jetzt nicht das Gefühl, es ist mir zu gross. Es ist auch ein Hoodie. Und die schönen Leobänder dazu. So. Äh, zuher trage ich auch Wildleder-Imitatshose. Immer die schwierigen Wörter. Die Hose kann mit der Kleidergröße 36 bis etwa 42 tragen. Und die Stifalette sind die auch Bruna, die ich vor der anderen Puppe angekommen habe. Und die ich 40 hatte. Und kostet 55 Franken. Dann gehen wir gleich zu unserer kleinen Puppe. Ist doch ganz hübsch. Und sie hat jetzt das gleiche Kortshirt an, wie ich. Nur sie hat es im Brun und ich habe es im Beige an. So sieht man hier einmal, ja, wie sie beiden Farben gleich aussieht. Und dann habe ich hier nochmal so eine schöne Body Bag. Das ist jetzt ganz ein helles Beige. Also keine Wiese. Und kostet 38 Franken. Hätte dahinter noch einen Riesverschluss. Und ich meinte, da drin hat sie auch nochmal ein Fach mit Riesverschluss. Jawohl, ja. Da ist auch nochmal ein Fäckchen mit Riesverschluss. Und sonst ist es einfach das große Fach. Und der Riesverschluss geht auf beide Seiten. Also man kann es den Träger, ja. Dass man dann halt den Riesverschluss dort hat, wie man es denn am liebsten hat. Ja, 38 Franken. Dann hat sie ein wunderschönes Halskettilehrer. Aber jetzt hier ist einmal noch das schöne Shirt. Und der wundertob schöne Rock. So ein richtiger Winterrock. Der ist ein bisschen fester. So ein Hula. Wie gesagt, das Shirt kann man sicher bis zum 44, 46 Franken tragen. Das sieht auch sehr gut aus. Nicht fludrig oder so. Und der Schüpp ist etwa 36 bis 42 Franken zum Träger. Und kostet jeweils 39 Franken. Und das wunderschöne Halskettile. Das habe ich euch jetzt gerne richtig gezeigt. So, da ist 25 Franken. Und dazu haben wir den schönen Silbrig Brunner. Ja, ist schon fast eine Brosse. Der wunderschöne Stifolette hier. Den habe ich aber nur im 37 Franken ergattern können. Und kostet 55 Franken. Und da mit Rissverschluss. Dann gehen wir gleich wieder zu unserer grossen Puppe. Sie hält da bitte so einen wunderschönen Winterbläser an. Echt ein wunderbares Teil. Mit Knöpfen. Das wunderschöne, ja, Jettel kann ich fast nicht sagen. Ja, Wandel, Winterbläser. Kann man also gut bis zum 46 Franken tragen. Und so sieht er bei mir aus. So, Kokot. Und kostet 79 Franken. Und jetzt hat sie da ein wunderschöner Hoodie an. Der ist so, ich finde den so lässig. Von vorne sieht er schon fast irgendwie so, ja, muss ich sagen, normal aus. Aber von hinten, also. So, ich finde es ganz lässig. Es ist ganz wie ein Barchenhemd. Ja. Es ist so wie ein Barchenstoff. Ja, kann man so sagen. Das wunderschöne Teil, wie auch die Hosen, sind beides in der Größe 44 bis etwa 48 zu tragen. Die Hosen können so gerne auch grösser sein. Und, da mit Hosen-Segg. Also, Beidäsche. Ja, auf beiden Seiten hat sie die Beidäsche. Wunderschönes Teil. Wie gesagt, Kleidergrösse 44 bis etwa 48. Für jeweils 39 Franken. Wie auch der wunderschöne Turnschule. Den habe ich aber noch im 8.30. Ja, und weiter geht's mit der nächsten schönen Jacke. Das Prachtteil, den ich hier Abend an habe, habe ich im Fall auch noch in Rot. Aber eben wie gesagt. Es kann sein, dass sie in einer halben Stunde geht. Es kann auch sein, dass sie noch eine Woche da ist. Und jetzt, ihr müsst es wissen. Die schnellere ist sie geschwinder. Und ihr wisst ja. Am Donntagabend, vom halb 6 bis um 7.00. Und am Freitagmorgen, vom 8.00 bis um halb 12.00, habe ich immer offen. Und sonst auf Voranmeldung auf 078 759 58 46. Und ich habe ja letztes Mal mit einem kleinen Spiel angefangen. Für diejenigen, die das ganze Video schauen, gibt es auch ein kleines Lösungswort. Und der kann dann auch ein Geschenk lieber, wenn sie mit dem Lösungswort zu mir in den Laden kann. Und diesmal, ups, ist ein Adventsfenster. Und das Wort ist eine Woche gültig. Also, merken euch das. Und kommt im Sommer in den Laden. Und dann sehen wir wieder, was es für ein schönes, schönes Geschenkchen gibt für euch. Also, die wunderbare Jacke, die ich hier gerade auch habe, ist Udi. Und kann mit der Kleidergrösse bis etwa 48 tragen. Und kostet, ich gehe schnell schauen, 55 Franken. Das ist eine ganz tolle Jacke. Ja. Ja, so sieht man es. Es ist echt ein tolles Teil. Und ja, kann sie probieren. Darunter habe ich ein Shirtchen an. Und eine ganz rass, feine Hossa. Die kann mit der Kleidergrösse 36 bis etwa 42 tragen. Und kostet jeweils 39 Franken. Und dann habe ich noch die wunderschönen schwarzen Stippelchen. Ja, mit diesen herzigen Täschchen. Die sind in der Schuhgrösse 40 und kosten 55 Franken. Dann gehen wir jetzt zur grossen Buben. Sie hat ein wunderbares Teil ab. Das Ding ist so flauschig weich. Und ihr seht es schon, wie es fällt. Also ein Traum. Es ist sehr gross geschnitten. Geht sicher bis zum 54. Also ich würde eher sagen, 56. Ein traumhafte Teil. Also ja, wirklich wahr. Dazu her hat sie eine grüne Glas-LED-Imitatshose. Und dann hat sie darunter noch so einen wunderschönen Korgler mit Gummizug. Das ist schon fast Petroleum. Das zeigt mir der Farbe ja. Und Kleidergröße. Jetzt muss ich schnell ein wenig berenzeln. 48. Das geht etwa bis zum 48. Und das Shirt sicher bis zum 54, 56. Dann haben wir hier noch eins von einer ganz neuen Handytästchen dazu. Das ist ein ganz cooles Teil. Und da tun wir das Handy nur oben gleich so rein shoppen. Da wird hier nur gleich rein shoppen. Ja, ist echt cool. Und kostet 28 Franken. Und die wunderbare Kombi ist jeweils 39 Franken. Und passend dazu her, die wunderbaren Stifilettli. Das sind jetzt die, die ich gerade vorher angekommen habe. Dass es halt von der Kombination her zusammenpasst. Und der kostet, wie gesagt, 55 Franken. Und ich habe ihn im 40. Und dann gehen wir nachher noch zu Alina Puppen. Sie ist ganz festlich anzogen. Mit dem wunderschönen gelen Kleid. Also wirklich ein Traumteil. Ich finde das so etwas schönes. Das wunderbare Kleidchen ist in der Kleidergrösse 36 bis 38. Vielleicht 40. Aber ja, eher noch bis zum 38. Und kostet 45 Franken. Und passend dazu her, die wunderschöne Handtasche. Das kleine schwarze. Das braucht man zwischendrin. Das hat hier in der Mitte einen Weissverschluss. Und rechts und links nochmal ein Fächerchen. Schliessert jetzt mit Druckknopf. Und zum Tragen mit dieser. Mit dem schönen Schulterriemen das Kettile. Und kostet 38 Franken. Dann zeige ich euch das schöne Halskettile, das sie hier an hat. Ganz ein Hübsches. Das ist 25 Franken. Man könnte natürlich den Zuhörern auch das wunderschöne Polero noch anziehen. Das lässt sich echt gut dazu machen. Und das wunderschöne Polero. Cool, gell? Habe ich euch heute ja schon mal gezeigt. Das ist 55 Franken. Und ist auch in der Kleidergrösse. Sie haben gesagt, das ist vielleicht ein 40er, aber ja. Grosses vielleicht. Und zuher der wunderschöne Stiefelitli. Wollte ich wie gesagt im 38 haben. Und sie kosten 55 Franken. Und schon wieder bei den letzten Kombinationen angelangt. So schnell vergeht die Zeit. Ja, man glaubt es kaum. Ja, ich habe jetzt einen ganz flauschigen Pulli an. Aber zuerst zeige ich euch das coole von dem Täschle. Ist der interessant. Der wunderschöne Cognac. Schulterriemen ist natürlich dabei. Hat auch dahinter einen Rissverschluss. Und innen dran Hörsen. Zwei Rissverschlüsse. Also eine andere Mitte. Den einen da. Da hinten hat es noch ein grosses Fach. Jawohl, jetzt sieht man es. Jawohl. Ja, Schulterriemen sieht man auch. Ja, hat da auch noch zwei grosse Fächer. Jawohl. Und das alles für sage und schreibe 38 Franken. Danke. Ja. Dann geht es weiter mit dem wunderbaren, kuscheligen Pulli, den ich hier habe. Das ist das Akneiz. Das ist eine kleine Trappe. Und darunter ist er. Da sieht man es. So ganz ganz lauschig. Wow. Dazu habe ich hier eine Lederin mit der Hose genommen. Ja. Und diese Kombination kann man zwischen 36 und 42 tragen. Und kostet jeweils 39 Franken. Und der würde da natürlich ganz so gut dazu passen. Passt mir leider nicht. Ist halt ein 38. Und das ist mir ein bisschen zu knapp. Aber eben. Die kann ich auch so dazu zeigen. Der kostet 55 Franken. Und den habe ich nur im 38. Ja. Weiter geht es mit der kleinen Puppe. Sie hat hier eine wunderschöne Strickjacke an. Die kann man, wie wir hier sehen, mit dem 36 tragen. Geht aber auch gut bis etwa 46. 44, 46 kann man die gut tragen. Und die wunderschöne Jacke ist 45 Franken. Dazu habe ich hier eine Brommel, eine Wildlehrin mit der Hose genommen. Und die ist in der Kleidergröße 36 bis etwa 42 zu tragen. Und da haben wir hier eine tolle Halskette gesehen. Cool, oder? Ist zwar ein wenig gross, aber ja, mal etwas anderes. Der kostet 25 Franken. Und jetzt kann ich euch hier nochmal die wunderschönen schwarzen Stifilette zeigen. Sind die, die ich vorher kurz angekommen habe. Da haben sie natürlich mit Reissverschluss. Sind im 40 und kostet 55 Franken. Und dann gehen wir gleich noch zur grossen Puppe. Sie hat hier noch ganz tolle Jacke an. Cool, gell? Das prächtige Teil. Das prächtige Teil. Jetzt da vorne so gerne auch. Jetzt zeige ich euch nochmal gleich. Der Klustrennöche. Verlängere ich vom Arm. Kann man so sagen. Die wunderschöne Jacke. Die wunderschöne Jacke. Die geht bis etwa 50. Und hinten mische ich auch noch ein bisschen länger. Also sie ist richtig Fokuhila-mäßig geschnitten. Ja, so sieht man es. Jawohl. Also vorne geht sie bis da. Und hinten. Ja, beispielsweise ist schon fast ein Mantel. Kann man so sagen. Jetzt, dass ich ihren Größenvergleich habe, lege ich sie gleich einmal selbst an. Kann ich so besser zeigen. Ja, sie ist schon, sie ist recht gross. Und da sieht man jetzt, da sieht es aus wie wenn der Pullover unten ausserlogen würde. Was sehr modern ist momentan. Aber das ist gerade am Mantel angenehm. Ja, das ist ein stattliches Teil. Muss ich schon sagen. Eben, wie gesagt, der geht bis etwa 50. Und kostet 79 Franken. Darunter dreht sich das wunderschöne Oberteil. Wie man sieht, es ist sehr luftig. Das ist etwas, das kann man jetzt das ganze Jahr anlegen. Ja, das kann man super gut noch mal zum Kaschera brauchen. Ja, geht sicher bis zum Fährer 50. Und da kommt jetzt der wunderschöne grüne Hasam. Mit dem tollen Gürtel, was sich da drunter auch hält. Wie sieht man das? Wie sieht man das? Jetzt muss ich das nochmal. Jetzt. Aha. Und da schöne Gürtel. Die Hasam ist eine glatte Lederimitatshase. Und die geht so etwa bis zum 52. Und kostet beides jeweils 39 Franken. Und passend dazu her, haben wir noch den Brunner. Stiefel Etleto. Der habe ich, wie gesagt, im 40. Stimmt das? Jawohl. Und kostet auch 55 Franken. Jawohl. Die Zeit vergeht. Es ist einfach so. Es ist der Lauf der Zeit. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Zeit. Hoffentlich können wir uns vorbei vor Weihnachten. Es gibt auch Wotschi, die ihr bei mir kaufen könnt, dass ihr ein Geschenkchen draus machen könnt. Ja. Die Weihnachtenstern gibt es bei mir auch auf dem Lechtenstein. Also. Ich hoffe es sehen. Ich sehe euch bald einmal persönlich. Dass ich euch sehe. Nicht nur ihr, mich immer wieder. Also. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund. Hebt Sorg. Und meldet euch immer, wenn irgendetwas ist. Ich würde es euch gerne eine Woche zwei reservieren. Ja. Gehen wir kurz zum Funk. 078 759 58 46. Oder ihr könnt auf meine Website. Gerlindes-Mode.li Und ihr könnt das Kontaktformular ausfüllen. Dann melde ich mich bei euch. Oder ihr könnt auch die ganzen Videos von der letzten Zeit anlegen. Vielleicht, ja. Seht ihr auch. Das hätte ich noch gerne. Melden euch. Machen wir den Printscreen. Ja. Und ihr könnt nachher auch anlegen. Vielleicht habe ich es ja noch. Vielleicht auch die Bechten finden. Oder vielleicht etwas anderes. Aber wir können auch anlegen. Also. Bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020